so meine damen und herren herzlich willkommen zu disneyland adventures hier ist der nils und weiter geht es einfach mit einem entspannten let's play und ich habe mir wirklich mal hier die mühe gemacht und habe mir mal angeguckt was ein dingelhopper ist und es gibt tatsächlich informationen dazu ein dingelhopper das ist ein artefakt des versunkenen schiffs das ariel und flounder sehr früh in the little mermaid erforscht es ist in der tat ein ziemlich gewöhnliches objekt aber ariel schätzt den dingelhopper das ein artefakt der menschlichen welt ist aufgrund ihrer mangelnden kenntnis über die menschliche welt oder ja gibt scuddle dem objekt diesen seltsamen namen also nicht gabel sondern dingelhopper und auch ariel und das ist alles sehr interessant es gibt auch cameo auftritte also kleine auftritte in der öffnungssequenz von house of mouse in bocahontas soll es auch einen kurzen auftritt geben von einem dingelhopper also es scheint hier als dingelhopper ist ein anderer name für gabel und kommt in den spielfilmen die kleine meerjungfrau pocahontas ralf bricht das internet wer kennt das wer das kennt ich kenne es nicht einfach mal ins in die kommentare schreiben und auch im fernsehen house of mouse und in einem videospiel disney magic kingdom kommt das auch vor und ja man kann sich laut scuddle hier also die haare mit kämmen und man kann als weitere funktion natürlich auch mit einem dingelhopper sich essen zu munde führen jetzt müssen wir das auch mal also etwas was komplett an mir vorbeigegangen ist ich muss tatsächlich sagen ich habe ariel nur als serie gesehen wie den film aber ich werde es in nächster zeit nachholen sommer die damen und herren disney adventures disneyland adventures was muss ich hier machen jetzt muss ich doch mal gucken ob ich hier irgendwas machen kann ich versuche hier mal zu interagieren ok ich bringe mal ariel den dingelhopper jetzt kann ich sogar scuddle ein paar abgeben auch vielen dank gerne ja wir tanzen eine kleine runde du bist ein toller tänzer wer ist denn prinz erich tschüss hoffentlich lerne ich alle hier kennen sie sehen nicht aus oh wie goldig ok einfach mal weiterlaufen sich überraschen lassen wo ist mein handy ich hätte doch mein handy in der tast in der hand das hat mir so gefallen das ist schade das avatar wechseln nee was kann man denn von avatar wechseln achso nee 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 der ist genau richtig jetzt ist die mütze weg haha das ist ja ein witz hat mir gefallen weil er das handy in der hand gehabt hat aber ist egal wenn du in verstecken mich siehst hol die kamera raus er spricht da ok cool ich hoffe du ließ den tag Die Dorfbewohner wirken recht glücklich Oh, ich hoffe, ich erschrecke sie nicht Okay, aber der hat ja Hörner Das Biest Wo muss ich denn jetzt hin? Oder was wird mir vorgeschlagen? Soll er rein? Okay Alice im Munderland habe ich schon lange nicht mehr gelesen Da Ja, natürlich Ich habe sie vielleicht bei der Tee-Party verloren Wenn ja, müsste der Hutmacher Bescheid wissen Okay Warum sprichst du nicht einmal mit ihm? Mache ich gerne Ich schaue mal, ob ich von ihren Autogramm kriegen kann Du sagst, dort wo du herkommst Machen das die Leute dauernd? Hm, wie merkwürdig Das ist eine schöne Animation Danke sehr Oh Gott, wie goldig Okay Vergiss meine Schleife nicht Ja Jetzt schauen wir mal, wo wir die Schleife herkriegen Ja, habe ich Ach, da ist ja der Hutmacher Hier drüben Man darf sich nicht ohne Hut sehen lassen Ach, 10, 16 Er freut dich zu treffen Ich bin der Hutmacher Eine Schleife Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du meinst Es sei denn, du sprichst von einer Nutzschleife als Teegebäck So etwas albern ist Ich sage dir All die Fotos aus meinem Album sind aufgestanden und weggerannt Und natürlich kannst nur du alleine sie finden Ja, ja Das machst du Und dann werde ich in Ruhe über diese Schleife nachdenken Meine Unterschrift Natürlich Bitte schön Okay Du bist erfreut, ganz sicher Der ist ja unheimlich Der ist ja total unheimlich Vervollständige das Vorderalbum Hänsel und Griffe verliehen sich im Wald Sie rüben sich em Kässchen Eh, darausvide nicht mehr kalt Boah Storybook land Das ist ein Storybook ist ein Ein Geschichtsbuch Ein Geschichten Okay, jetzt müssen wir mal hier gucken Entschuldigung Ja, Yulung, ja, wo muss ich gehen? Oha, das ist Pinocchio. Ich möchte eines Tages ein richtiger Jünger werden wie du. Ich heiße Pinocchio. Gott ist der Farbenbunt. Ich schau mal, ob ich von ihm Autogramm kriege. Oh Gott. Oh Gott. Groß und klein. Das ist ja süß. Pinocchio. Die Geschichte ist extrem traurig. Wir müssen das mal lesen in einer älteren Version. Wie die als Esel verwandelt werden. Also ganz, ganz schlimm. Es ist so viel Mühe gegeben hier. Hey, Foto machen. Manchmal geht es sofort. Jetzt. Man muss es immer drehen ein bisschen. Ach Gott, ach Gott. Man muss es immer ein bisschen drehen, Leute. Aber da ist da Schatten drin. Ja, man kann nicht alles sein. Dumbo. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ich muss irgendwas... Was? Interagieren? Ach, da soll ich fotografieren? Okay. Oha, was ist denn jetzt? Cool. Äh, ja. Ja, ist das schön. Hier, guckt mal. Das sind Pferde. Da ist eine Burg. Da ist der Berg. Dumbo. Kann ich mich irgendwie drehen? Nein, das war schön. Du musst verrückt sein, den Hutmacher zu vergessen. Ach, das soll ich fotografieren oder was? Also, ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier machen soll. Leute, dann würde ich mal sagen, lassen wir es mal dabei. Ich versuche, das rauszukriegen. Und sehen wir uns im nächsten Teil, wenn es heißt, wir sind wieder in Disneyland Adventures. Euer Nils. Ciao. 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 Ciao.